ja verdammt er muss jetzt erst noch merken wie das dahinten ging irgendwas weil das habe ich überhaupt nicht geschnallt was er da vorhin gesagt hat mit diesem blauen turm so hobbi hobbi aber ansonsten finde ich das schon sehr krass dass man was die hier für dinge veranstalten gott sei dank habe ich immer einen blog dabei hallo hallo ähm ähm könntest du mir noch mal zeigen wie man meditiert aber na klar leg einfach dein bein hinter den kopf etwa so ja kein thema so und gut so siehst du wie alles schärfer wird und die farben kräftiger ich habe diesen blauen mast dort fixiert nun lasse ich meine augen nach osten wandern bis ich etwas rotes sehe jetzt geht es weiter nach süden und dann in gerader linie zu diesem gelben ding da und dann schließlich ähm ich bin ja schon ganz vertranst auf jeden fall musst du der welt dann mitteilen wer du bist ich bin ein fluss wie kommt er auf fluss und alles verstanden ich sehe ich jetzt ehrlich ich gebe mir mühe ich sehe das überhaupt nicht bis zum horizont es wird das schrott schnack also der war ja hat er irgendwas erzählt mit so einem komischen blauen turm keine ahnung wo keine ahnung wo er da ein f sieht weil er sagt er ist ein fluss was naja komm mach ich ne ich immer aber na klar leg ein etwa aber finde ich auch schon mal sehr gut dass es hilft wenn er sich das bein hinter den kopf macht dass wir meditieren können was ist denn los du fix gut so siehst du wie alles schärfer wird und die farben kräftiger ich habe diesen blauen mast dort fixiert nun lasse ich meine augen nach osten wandern bis ich etwas rotes sehe jetzt geht es weiter nach süden und dann in gerader linie zu diesem gelben ding da und dann schließlich ähm ich bin ja schon ganz vertranst auf jeden fall musst du der welt dann mitteilen wer du bist ich bin ein fluss anschließend nehme ich noch einen tiefen schluck aus meinem flachmann und schon bin ich ganz relaxed alles verstanden ich versuche jetzt einmal ich habe mir das aufgeschrieben was er gemacht hat ich sehe da immer noch keinen fluss raus aber äh keine ahnung einfach mal probieren oder ich meine mehr wie schief gehen kann es ja auch nicht so hoppel hoppel meditieren mal richtung ich komm komm wieso bist du ein hoppel komm komm hey die ist ja praktisch noch komm doch nur ein käfer also das war ein schluck und nicht auf sein ich hätte das war jetzt kein achso wir hatten tatsächlich recht so ne scheiße Mist aber jetzt nein ach okay wir haben das alles gemacht wir haben mumpi gesagt was tatsächlich funktioniert hat so ein scheiß komm ich komm so und dann nehme ich noch das sind total die fiesen sachen ey also da konnten wir jetzt nichts anderes anderes daraus sehen dass ein mumpi war tatsächlich richtig ich habe mal Glück gehabt beim raten aber was wir natürlich noch nicht gemacht haben war einen schluck aus einer flasche nehmen das hat natürlich noch gefehlt hätte wahrscheinlich auch als einzigstes gereicht jetzt ich kann mir keine entstellen denn also lass das bitte sein man sollte nie betrunken mein bike fahren wegen des tunnel blicks und so andererseits gibt es ja hier auch viele tunnel jetzt mach mal halblang du kannst ja gerne einen schluck abhaben das heißt aber nicht dass du gleich die ganze flasche umfüllen darfst dann drück dich beim nächsten mal etwas genauer aus ja ja jetzt mach du kannst das heißt aber nicht dass du dann drück dich beim nächsten ja da ja aber ich darf ja keinen los keinen schluck ich kann mir keine enthalten also lass das bitte sein das ist jetzt irgendwie ganz schön gemein äh hier ich hau nicht mein Achtkantschlüssel sie ja ja und so weiter natürlich ja aber ich will doch nicht die ganze flasche abfüllen dann lass mich doch einen schluck abfüllen jetzt guck das dann drück dich beim äh äh das ist aber auch ein gemeiner so nett ist der gar nicht ha toll weil ich darf ja jetzt mittlerweile auch keinen schluck mehr aus seiner flasche nehmen umfüllen darf ich aber im meiner auch nicht und aus meiner kann ich nicht trinken die ist ja praktisch also beziehungsweise ich hab vorhin ja auch draus droge draus geprungen aber leere flasche hm und vor allem die Musik die ist auch komplett weg das ist so fürchterlich still und vor allem dann in so einem Moment wo ich so viel überlegen muss das ist ungut ja ja Mist aber jetzt nein ach der Doc hat mich ich hab doch alles richtig gemacht oder? man soll keine Sachen wenn man vor hat zu brennen so jetzt guck ich den Horizont hm ich bin ein Mumpy hm ja und dann schluck ausm Flachmann hey die ist ja ist kein Flachmann ist auch nicht unser aber doch nur ein Kett aber das scheint irgendwie nicht so direkt zu reichen Mist aber jetzt nein was mich grad so was 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 das wird mich grad total doof anmacht doch halt mich ich hab doch alles richtig ja irgendwie schon man soll da kann ich auch nichts mehr ablegen und hey hab ich denn noch irgendwas vergessen? muss ich mir doch nochmal fragen nützt dir alles nichts irgendwas also wie gesagt ein Schluck ausm Flachmann würde ich jetzt noch vermuten aber er möchte ja wie gesagt nicht dass wir aus seiner trinken und umfüllen dürfen er nicht und hm Hallo hm oh so also könntest aber na klar leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont etwa so ist nicht unser Bein gewesen aber vom Prinzip her es war auch ein Bein hinter uns such den Punkt am Horizont und fixiere ihn haben wir gut so siehst du wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger ich habe diesen blauen Mast dort fixiert nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern bis ich etwas Rotes sehe jetzt geht es weiter nach Süden und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da und dann schließlich ähm ich bin ja schon ganz vertranst auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen wer du bist ich bin ein Fluss das haben wir auch getan soweit anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck alles verstehe ja aber kann ich dir jetzt einen Aufschluck nehmen und was wird das jetzt ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten also lass das bitte sein man sollte nie betrunken man wegen des anderer man sollte wegen anderer äh ah miste hier hast du ein solider Stromumkehr Kinderspiel kann ich denn nicht irgendwie jetzt jetzt mach mal du kannst ja das heißt aber nicht dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus und vor allem gib mir doch einfach den scheiß Schluck verdammt ey Mann Mann ey Scherben bringen aber ich Scherben bringen Glück aber ich Scherben bringen Glück Ist das nicht schön? Scherben bringen Glück Oh Ähm hm Ich bin mein Nichts selbst DIY Taiwan Es ist noch nur so genial Astrein Super Äh hm Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen Immer her damit Irgendwat ist hier komisch Äh Aber na Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont Etwa Hab ich getan Habt ihr gesehen? Hab ich getan Hat funktioniert Gut so Ich habe diesen Nun lasse ich mein Jetzt geh Und da Und da Äh Scheint auch irgendwie funktioniert zu haben da wir nichts anderes mehr wählen können Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachbahn und schon bin ich ganz relaxed Alles verstanden Das ist das was uns noch fehlt Aber was irgendwie auch nicht geht und was mit tierisch auf Nüsse geht so langsam Weil das war doch nur ein Scherz Ich habe doch gar keine ansteckende Krankheit Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten Also lass das bitte sein Hab ich hier irgendwas übersehen? Nein Ist hier sonst noch irgendwas Hier ist nur Dock seine alte doofe Schnapsflasche die er uns einfach ums Verrecken nicht geben will Bis zum Horizon Da ist sonst nur der Horizont den wir angucken können Hier ist sage und schreibe dann nichts außer dem bescheuerten Hebel Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren Ja genauso gar nicht so unrecht So ich meine ich kann den Hebel umlegen wenn ich Bock habe Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass das groß noch irgendwas bringt Aljo Hier kann Mountainbike Auto Trichter Noch mehr Horizont Wie kriegen wir den denn dann jetzt bitteschön dazu dass der uns Äh, eigentlich mal wieder einen Schluck abgibt Grübel, Grübel Grübel Tja Tja, ja, ja Ich brauche einfach nur noch einen Schluck aus diesem Flachmann Und was werde ich also lachen? Man sollte gegen das Ah Jetzt mach du das heiß aber dann drück dich Alter, du bist so pingelisch Einbeinreich Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt Ja Ja, ja, ja Kannst du die Wartungsklappe nochmal aufmachen? Einfach nur, weil man's kann Da ist so ein komischer Umkehrer jetzt drin Das ist total wunderschön Und da mit dem Spiegel können wir nichts mehr machen Mit dem Skelett können wir nichts mehr machen Außer vielleicht hier die leere Flasche in der Hand holen Hast du was dagegen, wenn ich deine Seite Einmal eine Ast rein Halt, können wir dem die Flasche geben Ja, das hätte man natürlich auch ausprobieren können Hey Mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden? Ja, ja und so weiter Ich brauche keine Belehrungen Natürlich nicht Nein Kann man aber trotzdem nicht Weil ich dachte, dass wir ihm dann vielleicht die Flasche geben Und er füllt uns dann halt einen Schluck ein Tja, tja, tja Tja, tja So ist es dann halt nun Man sollte nie betre... Andererseits Okay, okay, okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay Da ist nichts Einmal gucke ich jetzt noch Und ansonsten mache ich dann halt wieder mal ein Aufnahme-Päuschen Ihr kennt es ja mittlerweile Bei mir ist das dann auch immer schon sehr unangenehm, wenn ich immer so lange warten muss Ohne Minebike passiert da nichts Und das geht natürlich auch sehr viel einfacher für mich dann auch, wenn ich das alleine mache, ohne dass ich dabei was erzählen muss oder so Weil das ist immer ziemlich schwierig, vor allem wenn noch nicht mal Musik und sowas da ist, dann wird das mit Sicherheit zum Zuschauen sehr schnell langweilig Und deswegen muss ich mir da was erfinden Hier können wir ansonsten nur Kran heben Man soll kein Wimm Das wär du Nee Nee, aber wirklich nicht Nein Mist, aber jetzt Nein Der Doc hat, ich hab doch alles richtig Tja Dann ist es dann halt so, dann mache ich halt mein Aufnahme-Päuschen Dann speichere ich hier einmal Und, äh, wir Doch, hat gespeichert Ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis denne Tschüss